Hallihallo, wir spielen jetzt wieder ein Hocherspiel, aber ein anderes, aber Teil Nummer 1. Ich habe eben das Spiel gespielt, was wir gestern auch gespielt haben. Teil Nummer 2, das stelle ich übrigens auch gleich in YouTube zuerst. Und dann der erste Teil von hier dem Spiel. Und los geht's. Normale Mode. Nicht so schrecklich. Irgendwas sind nicht hinten. So, dann Simbi. Hey, can you hear me? It's been a long time, bud. Cool, Spiel. Listen, I need your help. Please, please meet me at the abandoned hospital. Now, there's no time left. Help. Da war jemand am Telefon, der Help gesagt hat. Das hier ist unser Bett. So. Dann gucken wir uns mal das an. Scheiße. Werbung. Schlüssel brauche ich. Finde Flashlight. Finde Flashlight, okay. Hallo? In der Seife. Was ist klar? Book? Boah, halt da. Ich muss nicht die Tür schließen. Mal. intro Juske. tubes Das hier ist mein Blatt. Das hier ist dein Blatt. Becekt er ist dein Blatt. esteками ist dein Blatt. Ein Blatt. Das hier ist dein Blatt. Hier ist es ein Blatt. Unbequemeliment. Was ist ein Blatt. Ich weiß auch nicht, wo ein Flashlight ist. Kann man erklären, wo ein Flashlight ist? Wo ist denn Flashlight? So. 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 Oh, der ist knackst, ey. Ach da, meine Güte. Erst jetzt bemerkt. Ah. Erst dann kann ich die Schlüssel holen. Ach, wie doof bin ich. So. Dann gehen wir mal. Ich werde dieses Spiel immer spielen. Hallo? Oh Gott, ist das gruselig. So. 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 Wenig mehr. Oh Gott, schnell hier raus. Die war zu, ey. Mhm. Berühmt. So, was liegt hier noch sonst hier? Das ist, glaub ich... Warte mal. Das ist, glaub ich, die Küche. Okay. Alter. Junge. Die sah scheiße aus. Oh Gott, nee. Verboten herauen. Danger. Der andere Seite... Oh, warte mal. Dann geh ich mal hier im Eimer. Warte. Dann geh ich mal hier im Eimer. Ah. Die ist so. Wow. Dann muss man halt den Schlüssel finden für die Tür. Dann müssen wir doch hier reingehen. Ich bin jetzt kein Schapskerl. Ich hab jetzt... Man kann ja eine Pistole finden, wenn man die Ungäu töten kann, ja. Aber ihr wisst ja, wie ich mit Pistole nicht so gut bin mit Schießen. Manchmal kann es schieflaufen, manchmal nicht. Wir müssen jetzt den Schlüssel finden. Vielleicht auch noch eine Pistole. Ich weiß es nicht. Wow. Was war das? Das war doch keine Vision, oder? Das war eine Vision. Och, bitte. Keine Toiletten. Ich hasse Toiletten im Horrorspielen. Ich hasse Toiletten im Horrorspielen. Ich weiß auch nicht, warum. Die Toiletten sind im Horrorspielen am schlimmsten. Aber vor allen Dingen, wenn es der Schapskirr kommen. Muss das sein? Und Schlüssel. Och, tja. Okay, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wo kommt die denn auf einmal her? Jo, an die acht Munis, ey. Und wie kann ich schieße? Ich will es gar nicht wissen. Okay. Oh, ne. Die Tür lasse ich mir einmal auf. Bin neben Jumps gekommen. Muss ran. Oder abschießen. Ach. Man hat eben gehört, ein Kind. Boah, Kinder sind am schlimmsten. Oh, ne. Geht's hier noch dunkler? Wer bist du denn? Der lebt. Der lebt. Der lebt. Der lebt. Warte. Scheiße. Kamera. Äh, Schatzlampe. Hält nicht. Kann ich dir vertrauen? Oh, ich trau dir nicht. Der guckt mich ja immer so ruhig kwiebi an. Alter. Alter. Schon wieder diese scheiß Visionen. Mein Taschenband ist so schwach. Ich sehe fast gar nichts. Wow. Ey, sag mir nicht, die machen wirklich nichts. Ey, die sehen so kwiebi aus. Die können jeden Moment was machen. Vor allem, wenn da einen sitzt. Was? Ich muss einen Schlüssel finden? Oh, nein. Äh. What? 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 Ein Pfeil? Oh. Ein Upschen. Das ist ein Pfeil. Als ob der jetzt nichts machen würde. Ich traue jetzt keinen mehr von denen. Er bleibt sitzen. Ich habe mal so sehr geschossen. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich habe jetzt nur noch sieben Muni, ey. Die brauche ich noch. So. Warte mal. Okay, warte. Wartet, warte. Wir schließen erst mal die Tür auf. Boah. Alter. Äh. Ich will das nicht. Okay. Dann machen wir hier mal Cut. Und wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Hochspiel. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.